Hey, hallo, herzlich willkommen bei Einfach Auflegen. Mein Name ist Andreas. In diesem Video stelle ich euch drei LED-Scheinwerfer vor von Chauvet DJ aus der Freedom Par Serie. Chauvet ist ein amerikanischer Hersteller. Die haben einmal eine Produktfamilie für DJs Chauvet DJ, aber auch für richtig große Bühnen, Rock'n'Roll oder Diskotheken-Ausstattung Chauvet Pro oder Chauvet Professional. Die Freedom Pars kommen aus der DJ-Serie und sind eben gerade für mobile DJs super geeignet. Die heißen Freedom, weil sie dir halt möglichst große Freiheiten gewähren. Das heißt, die haben eingebaute Akkus, du kannst sie ohne Stromanschluss betreiben und auch drahtlos DMX damit steuern, denn sie haben bereits Transceiver eingebaut von der Chauvet-eigenen DeFi-Serie. Die Freedom Pars gewähren dir aber große Freiheiten. Du kannst sie nämlich auch wie ganz normale LED-Paarscheinwerfer einsetzen. Das heißt, mit Stromverkabeln, die haben In-Out, du kannst sie also verketteln und kannst sie auch natürlich mit DMX-Kabeln ansteuern. Auch da DMX-In, DMX-Out vorhanden. Außerdem wird mitgeliefert eine Infrarot-Fernbedienung und wie sonst auch üblich geht Sound-to-Light oder Auto-Modi. Die Freiheiten, die dir die Freedom Pars geben, gehen aber noch weiter. Du kannst damit nicht nur reine Drahtnetze oder reine drahtlose Netze aufbauen, sondern auch wild mischen und dabei dann sogar eben über Drahtanbindung Geräte einbinden, die gar nicht über Wireless-Funktionen verfügen. So kannst du zum Beispiel eben mit einem Kabel gehen von deinem DMX-Controller oder DMX-Interface in den ersten Freedom Par rein, sprichst dann weitere Freedom Pars Wireless an. An deren DMX-Ausgang kannst du aber zum Beispiel Moving Heads, was auch immer andere Lampen anschließen und so auch zu diesen Lampen die Strecken drahtlos halt überwinden. Aus der Perspektive gleichen sich die drei Modelle praktisch wie ein Ei dem anderen, von den verschiedenen Beschriftungen mal abgesehen. Ja okay, und das Ei ganz rechts ist aus unerklärlichen Gründen doch ein bisschen niedriger als die beiden anderen. Schön zu sehen aus der Perspektive sind die Ausbuchtungen unten. Die haben die Freedom Pars an allen vier Seiten und die dienen dazu, Strom- oder DMX-Kabel, wenn du sie einsetzt, ganz elegant unter den Geräten herauszuführen. Beim Blick von oben werden die Unterschiede doch deutlicher. Die TRI-6 hat sechs kleinere LEDs, die eben als TRI-LEDs drei Farben unterstützen. RGB, also Rot, Grün, Blau. Die beiden anderen dagegen mit vier jeweils größeren LEDs, die sich aber auch unterscheiden, auch wenn es auf den ersten Blick nicht erkennbar ist. Die Quad 4 unterstützt vier Farben, nämlich RGBA, also Rot, Grün, Blau und Ember. Die Hex 4 dagegen sechs Farben, darum halt Hex, nämlich RGBWA plus UV, also wie die Quad 4 auch. Rot, Grün, Blau, Ember, zusätzlich rein Weiß und eben noch UV-Licht. Schauen wir uns die Scheinwerfer beim Einsatz an. In allen Bildern links der TRI-6, in der Mitte der Quad 4 und rechts dann der Hex 4. Hier mit einem reinen Blau, jeweils auf einem Wert von 20, von möglichen 255. Richtig gut gefällt mir der eingebaute Blendschutz, der eben verhindert, dass du von der Seite auf die LEDs guckst. Du siehst tatsächlich wirklich nur das Licht. Hier jetzt eine Magenta-Mischung, ebenfalls auf dem RGB-Wert 20. Hier gefällt mir die Farbmischung beim TRI-6 am besten. Das liegt sicherlich daran, dass durch die sechs LED einfach sich Farbschatten und Farbverläufe gegenseitig auslöschen. Bei den beiden Freedom Paths, die nur vier LEDs eingebaut haben, also der mittlere und der rechte, gibt es doch deutliche Farbverläufe im Lichtstrahl. Ein ähnliches Bild bei Cyan, also der Farbmischung zwischen Grün und Blau, ebenfalls auf RGB-Werten von 20. Auch hier gefällt mir die Mischung vom TRI-6 am besten, wohingegen die beiden Vierer Freedom Paths wieder deutliche Farbverläufe im Lichtbild zeigen. Ein ganz anderes Bild gibt es dagegen beim Einsatz von Ember. Der TRI-6 beherrscht diese Farbe nicht, kann also nur einen Gelbton mischen. Die beiden Vierer Freedom Paths dagegen haben einen richtig tollen Ember-Tone. Wenn wir uns anschauen, wie weiß gemischt wird, also die drei Grundfarben Rot, Grün und Blau, jeweils auf einem RGB-Wert von 20%, ist das halt deutlich farbstichig. Der Unterschied wird dann besonders deutlich, wenn wir beim Hex 4 die rein weiße Farbe einsetzen, die er in seiner LED erzeugen kann. Das sticht dann halt deutlich ab gegen diese Mischtöne. Hier jetzt noch einmal im Vergleich die Blautöne der drei Scheinwerfer. Hier dann einmal im Vergleich beim Hex 4 Ultraviolett. Jetzt kommen wir leider an die Grenzen des Farbraumes meiner Kamera, die eben UV-Licht nicht mehr richtig aufzeichnet. Aber auch für das menschliche Auge ist es deutlich weniger sichtbar, erzeugt aber dann halt dieses wunderbare Leuchten von hellweißen Gegenständen oder auch Zähnen zum Beispiel. Was die Kamera dann auch nicht richtig darstellen kann, ist der Unterschied der Blautöne, wenn beim Hex 4 dem Blau eben noch UV-Licht zugemischt wird. Das gibt ein sehr viel strahlenderes Blau, was eine ganz eigentümliche Wirkung entfaltet. Schauen wir uns eine Freedom Par näher an, haben wir hier zunächst die Öffnung für das Mikrofon, was für Sound to Light genutzt wird. Darunter dann das Display mit den vier üblichen Tasten für Menü, Up, Down und Enter. Hier vier LEDs, die dienen der Ladestandsanzeige und zeigen halt an in Vierteln, wie voll der Akku denn noch ist. Zentral eine Taste, die genutzt wird, um die Drahtlosverbindung herzustellen. Die rechte Seite, genau wie die linke Seite, sehr unspektakulär. Auf der Rückseite dann noch eine Aufnahme mit einem Gewinde, mit dessen Hilfe du die Freedom Par direkt an eine Traverse montieren kannst. Den Ein-Ausschalter findest du auf der Unterseite. Dort dann ebenfalls relativ weit versenkt auf beiden Seiten die Anschlüsse. Hier zunächst mit einem Kaltgerätestecker der Stromanschluss. Entweder wenn das Gerät halt im Netzbetrieb läuft oder um es mit dem Akku oder um den Akku aufzuladen. Ausgang für Strom gibt es ebenfalls, sodass du sie im Netzbetrieb eben auch dann wunderbar verketteln kannst und dir eine sternförmige Verkabelung sparst. DMX-In, DMX-Out ist auch vorhanden, jeweils mit dreipoligen Buchsen. Bei DMX-Out gibt es keine Verriegelung. Durch die Versenkung, die DMX-Buchsen sind so ein bisschen schräg, ist das hier in diesen Schächten relativ fummelig. Mit größeren Fingern kommst du da ziemlich schlecht rein. Ist also fast dann schöner, die Dinger tatsächlich drahtlos zu betreiben. Dann hat die Freedom Par einen Fuß, mit dem du sie schräg stellen kannst. Durch den Drücken dieses Knopfes hier wird der entriegelt und der lässt sich dann eben in verschiedenen Positionen arretieren. In der Ausgangsposition sieht das so aus. Du kannst eben mit einem Handgriff die erste Position erreichen. Die macht so gut wie keinen Unterschied, wirklich nur minimal angehoben. Du kannst aber eben hier noch die weiteren Stufen nutzen. Dann wird die Steigung schon erheblich stärker. Und in der letzten Stufe ist das Gerät dann richtig angeschrägt, sodass du eben da nach Bedarf wirklich Wände richtig toll mit dem Wash anstrahlen und ausleuchten kannst. Zusammenklappen auch ganz einfach. Drücken wieder zu. Nachteil ist nur, beim Zusammenklappen die letzte Stufe, da bleibt das Ding noch so draußen hängen. Da musst du einmal noch mit der Hand nachhelfen, er wieder in der Nullposition einrastet. Für den Transport der Freedom Pass bietet Show-Way DJ eine passende Tasche. Die hat gepolsterte Unterteilungen, dass halt genau vier Stück dort reinpassen. Verschwinden genau da drin. Deckel drauf, hat vorne und hinten noch eine Seitentasche, wo du halt Kabel, Fernbedienung, Bedienungsanleitung oder ähnliches drin verstauen kannst, sodass du dann mit der Tasche eben super unterwegs bist. Jedes Freedom Pass wiegt knapp drei Kilo. Du hast dann in der Tasche hier also zwölf Kilo schon ordentlich was zu tragen. Wer in seinen Locations Ambient-Licht einsetzt, also mit Hilfe von Floorspots oder eben LED-Wash-Scheinwerfern, die Wände beleuchtet und den Raum in Farben hüllt, der weiß, wie aufwendig es ist, viele von solchen Scheinwerfern zu verkabeln. Hast du zwei oder drei von solchen Scheinwerfern im Einsatz, macht das noch keinen Unterschied. Bei einem Dutzend, zwei Dutzend oder sogar noch mehr bei entsprechend großen Locations steigt der Aufwand aber erheblich, jeden Scheinwerfer halt mit Strom zu versorgen, DMX-Kabel zu ziehen, an Türen vorbei und so weiter, alles sauber zu verkleben und das Ganze dann rückwärts, wenn du wieder abbaust, bis alles abgebaut ist, die Kabel eingerollt sind, die Klebereste entfernt sind und, 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 und. Da kommen dann die Vorteile von den Freedom Pass zum Tragen, da du sie aufgrund des Akkus und wegen des drahtlosen DMXs einfach nur aus der Tasche nimmst, anschaltest, hinstellst, wo sie hingehören und los geht's. Der Abbau genauso schnell erledigt, eingesammelt, ausgeschaltet, in die Tasche, fertig. Die Freedom Pass habe ich mehrfach bei mir auf Gigs mitgehabt und on Location eingesetzt. Die Akkus haben mich dabei nie im Stich gelassen. Egal, ob sie acht Stunden gelaufen sind, zehn Stunden, einmal sogar zwölf Stunden, es waren immer noch mindestens 25% Akkuladung vorhanden. Wobei ich sie halt in einem typischen, ja, Ambient Light Setup eingesetzt habe. Das heißt, ich habe eben ein, maximal zwei Farben eben für eine Mischfarbe eingesetzt, aber eben nicht voll alle Farben aufgedreht. Insgesamt gefallen mir die Freedom Pass richtig gut. In den Einsätzen haben sie einen tollen Job gemacht. Die vielen Vorteile, vor allen Dingen halt die Ersparnis beim Verkabeln und ja wieder Entkabeln, erkaufst du dir halt durch ein relativ hohes Gewicht und durch einen ordentlich hohen Preis. Ob sich das für dich rechnet, hängt letztendlich davon ab, wie du rechnest. Das heißt, wie oft setzt du sie pro Jahr ein, wie viele Stunden Arbeit sparst du dir damit und zu welchem Preis bewertest du halt deine Arbeitsleistung oder die deiner Helfer. Und vielleicht gibt es ja auch noch einen Abschlag, wenn du die Kaufentscheidung fällst, dafür, dass eben auch optisch das durchaus was hermacht, wenn die ganzen Kabel wegfallen. Wenn du dir Freedom Pass kaufst, überleg dir gut, in welchen Typ du investierst. Meine Empfehlung ist, die verschiedenen Typen nicht miteinander zu mischen. Der Grund dafür ist, dass die Lampen halt doch durchaus unterschiedlich hell sind, vor allen Dingen aber durch die unterschiedlichen Farbräume, zum Beispiel im Auto oder Sound-to-Light-Modus, dann doch ein ziemliches Kuddelmuddel entsteht. Auch wenn du knapp bist mit DMX-Kanälen, ist es mit dem Mischen halt schwierig, weil die Kanalbelegungen bei den verschiedenen Modellen unterschiedlich sind. Die Entscheidung zwischen den drei Scheinwerfern ist gar nicht so einfach. Der TRI-6 hat zwar die einfachsten LEDs, erreicht damit aber eine vergleichsweise gute Farbmischung und mit knapp 2000 Lux auf 2 Meter gemessen, auch eine ordentliche Helligkeit. Dazu kommt noch, mit 2,6 Kilogramm ist er das Leichtgewicht zwischen den dreien. Zum Zeitpunkt der Videoaufnahmen war er auf der Straße bereits für deutlich unter 300 Euro zu kriegen. Dafür bietet er aber auch nur die Farben RGB und noch dazu keine besonders schönen Farbtöne. Der Quad 4 dagegen kostet um die 400 Euro. Er ist dafür aber mit fast 2500 Lux auf 2 Meter gemessen, der hellste der drei Scheinwerfer. Abstriche musst du machen bei der Farbmischung. Als Bonus hast du eben die wunderbare Ember-Farbe mit an Bord. Noch einmal 50 Euro mehr investieren musst du für den Hex 4. Der bringt zwar noch zwei weitere Farben, ist aber mit Abstand der dunkelste der drei Scheinwerfer. Der erreicht nämlich nur knapp 1400 Lux, auch wieder auf 2 Meter gemessen. Vom Gewicht liegt er mit 2,9 Kilogramm im Mittelfeld. Bei den Farbmischungen hat er auch Schwächen gezeigt. Überzeugt hat er mich dagegen halt in der Farbauswahl der Grundfarben, die jede für sich wirklich sehr schön sind. Unseren ausführlichen Testbericht zu den Freedom Pass liest du auf einfachauflegen.de Hat dir unser Video gefallen? Daumen hoch und abonniere unseren YouTube-Kanal. Und möchtest du mehr erfahren über all das, was DJs interessiert? Abonniere unseren kostenlosen DJ-Newsletter auf einfachauflegen.de Alle Links wie immer direkt hier unter unserem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao!